Hier ein neues Deck-Profeil von Junk's Playground. Wir haben hier ETA. Wie bist du gelaufen? Ich bin zu 3 Loss 1 Draw in Swiss gegangen und dann Top 64 gegangen. Perfekt. Was hast du gespielt? Danger Tier. Dann zeig mal her. Drei von jedem Tier. Bei Broken. Dann Danger Angel. Drei Nessie. Zwei Mothman. Ein Suchi, ein Jackalope. Zwei Bigfoot. Und dann Pseudo-Dangers. Zwei Gizmec. Dann One-Off-Monster. Eine Snow und ein Graffer. Weil der mit Nessie einfach Rank 4 plus Kid-Kalos ist. Dann für Spells. Drei Field-Spell. Drei Super-Poly. Drei Dark Ruler. Drei Dark Ruler. Zwei Desires. Und dann die Scheparettigen One-Offs. Foolish Burial. Rota. Instant Fusion. Called By. Und Galaxy Cyclone. Ich hab kein Terraforming gespielt. Es wär entweder Rota oder Terraforming gewonnen. Aber Rota ist halt noch ein Monster, was für Dangerous gedistalt werden kann. Und Terraforming nur 12. Und dann zweimal Salik. Salik und nicht Metanoise, weil der mit Dangerous Card besser ist. Und dann kommen wir zum Extra nicht. Im Extra zwei Kid-Kalos. Einen Kaleido-Hard. Immer zwei, sonst ist scheiße Grind-Game. Einen Mud Dragon. Und einen Garuha. Als Super-Poly-Targets. Und als Dark-Targets für Combo-Plays. Und einen Drago Stapelia. Dann XYZs. Einen Redoor. Und einen Dweller. Einen Ningirsu. Um Sphermode zu orten. Und Sachen zu orten. Und einen Zeus. Und dann Link-Monster. IP-Dark. Curious. Und beide Topologics. Einfach auf Spielsituationen achten. Manchmal ist der einfach Game-Winner. Aber manchmal der. Die sind beide Broken. Und Decided hab ich. Drei Sphere-Mods. Für Sprite. Drei Droplets. Damit ich den Mirror nicht gegen den Dweller verliere. Drei DDV für Sprite. Drei Barrier für Sprite und Mirror. Und dann Pankra weil Broken. Das da weil Broken. Perfekt. Noch irgendwelche Shoutouts? Shoutouts an meine ganze Ziel-Gang. Die halt mit mir die ganze Zeit getestet haben. Also Mark, Sio, Hartmann. Eigentlich an alle aus dem Team. Adel auch. Ansonsten Shoutouts an Erpen. Der mir noch ein paar Karten geliehen. Und auch geschenkt hat. Und Shoutouts an Nico. Weil er mir auch ein paar Karten geliehen hat. Und ja, Shoutouts natürlich an Jans Playground. Mein bestes deutsches Team. Und ja. Bravo. Perfekt.